Ticket Today, Ihr Ticketservice im Internet unter www.ticket-today.de Am 14. November war es soweit. Das erste Teilstück für die A72 Chemnitz-Leipzig wurde freigegeben. Der knapp 6 Kilometer lange Abschnitt führt vom Kreuz Chemnitz über Röhrsdorf nach Hartmannsdorf. Mit festlichem Zeremoniell und göttlichem Segen wurde nach drei Jahren Bauzeit und 60 Millionen Euro Investition der Abschnitt fertiggestellt. Acht Brücken, davon eine Großbrücke mit rund 300 Meter Länge, 1,5 Kilometer Lärmschutzwände und vier Regenrückhaltebecken wurden gebaut. Gleichzeitig mit der Eröffnung erhalten die Anschlussstellen in Chemnitz neue Namen. Wie sinnvoll dies ist, wird sich zeigen. Schließlich sind die Bezeichnungen seit über 50 Jahren in Benutzung. Alle bisherigen Karten und Navigationsgeräte verlieren ab diesem Tag ihre Aktualität. Ticket Today, Ihr Ticketservice im Internet unter www.ticket-today.de 2 Das Karten guidelines geteelen Dic 3